Wer behauptet, Reichtum ist schlecht, der lenkt nur von dem ganz Wesentlichen ab. Wir sollten uns bemühen, gut zu sein. Du und ich immer wieder. Wir haben fünf Lebensbereiche und in jedem Bereich kannst du stark oder schwach sein. Wir haben zum Beispiel den Bereich der Gesundheit. Du kannst krank sein, du kannst eine schwankende Gesundheit haben oder du kannst aber auch sehr gesund sein. Und in der Spitze kannst du sogar sehr, sehr vital sein. Das gleiche gilt für unsere Emotionen. Wir können depressiv sein, wir können schwankende Gefühlszustände haben, wir können gut drauf sein oder wir können sogar spitze drauf sein. Natürlich gilt das auch für unsere Finanzen. Wir können schwer verschuldet sein, wir können gerade so irgendwo bei Null sein, wir können vermögend sein. Und auch hier gibt es wieder einen absoluten Spitzenbereich und dann, dann bist du Kapitalist. Du hast nämlich dann so viel Kapital, dass das Geld für dich arbeiten kann. Ich möchte dir etwas zum Nachdenken geben in Bezug auf Kapitalisten und Kapitalismus. Weißt du, wer das Flugzeug erfunden hat? Das waren die Gebrüder Wright. Die sind zuerst geflogen. Aber dann hatte ja danach noch nicht automatisch jeder die Möglichkeit zu fliegen. Die Gebrüder Wright waren die Erfinder. Aber sie waren keine Kapitalisten, sie waren keine Unternehmer. Erst Unternehmer haben es möglich gemacht, serienmäßig Flugzeuge zu bauen, mit denen wir heute ganz bequem zu unseren Verwandten fliegen können oder in den Urlaub. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kaufe mir sehr gerne ein Flugticket und ich bezahle auch gerne dafür, weil ich weiß, dass ich dann sehr schnell, sehr leicht und sehr angenehm an mein Ziel komme, als wenn ich versuchen müsste, irgendwie mit dem Schiff wochenlang unterwegs zu sein. Dasselbe gilt für das Telefon. Alexander Graham Bell hat es erfunden. Aber es waren erst Unternehmer wie Steve Jobs, die dann das iPhone für die Massen produziert haben und davor Nokia. Und weil wir heute unsere Smartphones haben, erleichtert uns das Leben natürlich kolossal. Vielleicht schaust du das jetzt gerade sogar auf deinem Smartphone. Thomas Alva Edison hat die Elektrizität erfunden, also die Glühbirne. Aber das hat den Menschen nicht viel genützt. Jetzt war aber Thomas Edison nicht nur ein Erfinder, er war auch Unternehmer. Und er hat die Glühbirne erfunden und dann aber auch buchstäblich seinen Erfinderkittel ausgezogen und seinen Unternehmeranzug angezogen. Und dann hat er GE gegründet, General Electric. Das ist auch heute noch eine der größten Firmen der Welt. Und diese Firma hat dann die Glühbirnen für alle hergestellt. Verstehst du also den Unterschied zwischen Erfinder und Unternehmer? Erfinder bringen der Menschheit eine neue Idee. Das ist toll. Aber meistens wollen die Erfinder an der Idee festhalten. An ihrer Idee festhalten. Unternehmer nutzen dann die Idee des Erfinders und machen diese Idee zugänglich für alle. Und für alle, die Kapitalisten nicht mögen, die müssen jetzt sehr, sehr stark sein. Unternehmer sind Kapitalisten. Ich glaube, dass es für die Welt unglaublich wichtig ist, dass wir Kapitalisten und kapitalistische Unternehmer haben. Menschen, die für alle das Leben angenehmer machen. Im positiven Sinne. Sind darum jetzt Unternehmer Philanthropen? Also wollen sie anderen helfen? Handeln sie, damit es allen besser geht? Manche sicherlich schon. Aber machen wir uns nichts vor. Die meisten Unternehmer wollen ganz einfach vermögend sein. Sie wollen ein absolut tolles Leben haben. Sie wollen etwas aufbauen. Und ja, sie wollen viel Geld haben. Aber all das können sie nicht, wenn sie nicht Menschen etwas bringen, das diese haben wollen. Also müssen sie tatsächlich dienen, um zu verdienen. Das Problem ist, dass wir in der Schule nicht lernen, Kapitalist oder Unternehmer zu sein. In der Schule hatte ich einige sehr linksorientierte Lehrer. Und die haben dann solche Sachen gesagt wie, der Kapitalismus beutet die Arbeiterschicht aus. Wow. Jetzt hatte ich, der kleine Bolo, echt ein Feindbild. Das habe ich mir eigentlich gar nicht selber ausgesucht. Aber auf einmal wusste ich, Kapitalisten beuten aus. Aber weißt du, was das große Problem ist? So einen Mist kannst du ja denken. Jeder darf sich seine Glaubenssätze selber aussuchen. Obwohl ich immer sage, wenn du einen Glaubenssatz hast, dann frag dich, ob du mit diesem Glaubenssatz deine Ziele erreichen kannst. Glaubst du, dass er dir, dieser Glaubenssatz, dass er dir hilft, wenn du auf Kapitalisten schimpfst? Wenn du Kapitalisten verwünscht und wenn du sagst, das sind Ausbeuter, das sind Schweine. Ich sage dir, nicht nur wirst du davon nicht reicher, sondern du wirst davon ärmer. Alles, was du irgendwie ablehnst, wird natürlich nicht in dein Leben kommen. Aber das eigentliche Problem, was meine linken Lehrer damals geschaffen haben, war etwas ganz anderes. Sie haben mit ihrer Schulausbildung genau das verstärkt, was sie eigentlich vermeiden wollten. Da muss man mal drüber nachdenken. Sie haben ja jetzt die Kinder so ausgebildet, dass sie irgendwann mal einen Job suchen würden, müssten. Weil sie ja Unternehmertum nicht gelehrt haben und Unternehmertum und Kapitalismus abgelehnt haben. Also würden die Kinder einen Job suchen, einen Job, in dem sie dann von den Reichen ausgebeutet würden, so wie die linken Lehrer das sehen. Der einzige Weg heraus, ein Angestellter muss, auch wenn er angestellt ist, völlig in Ordnung, auch wie ein Unternehmer denken, auch wie ein Investor. Wenn er angestellt ist, dann ist er eben Intrapreneur, also ein Unternehmer im Unternehmen. Solche Leute verdienen immer mehr. Solche Leute sind immer freier. Sie sind wertvoller. Sie unterscheiden sich nicht von dem Unternehmer, weil sie dieselbe Denke haben. Und dadurch sind diese Menschen auch frei. Da die Lehrer also wirklich die Kinder so ausbilden, wie sie es tun, produzieren sie gerade in Bezug auf Geld unwissende neue Erwachsene, die tatsächlich nicht das Leben haben, das sie haben könnten. Halten wir also fest, ohne Geld- und Wohlstandsausbildung sind Schüler und Studenten sehr leicht in Gefahr, Opfer des Kapitalismus zu sein. Natürlich gibt es sehr großzügige Kapitalisten. In der Bodo-Schäfer-Akademie bezahlen wir zum Beispiel außergewöhnlich gut. Wir zahlen zum Beispiel nach dem ersten vollen Jahr immer ein 13. Gehalt. Und für die Führungskräfte gibt es eine Gewinnbeteiligung. Ich kenne viele Kapitalisten, die sehr, sehr viel Geld spenden. Wir tun das auch. Wir bauen dieses Jahr eine Schule in ein Ausbildungszentrum in Afrika, in Kenia. Man sagt, dass 80% aller Spendensummen von reichen Menschen gespendet werden. Aber selbstverständlich gibt es auch Unternehmer, denen Menschen, sagen wir es einfach wie es ist, schlichtweg egal sind, die sie auch ausbeuten. Und da darf es nicht passieren, dass du dich ausbeuten lässt. Das darfst du nicht zulassen. Weißt du, die Welt verändert sich gerade sehr schnell. Aber unser Schulsystem nicht. Verändert sich auch ein bisschen, aber eben nicht schnell. Unser Schulsystem bildet unsere Kinder weiter zu Angestellten und Freiberuflern aus. Aber nicht zu Unternehmern, Investoren und Experten. Wir müssen heute lernen, wie Investoren, Unternehmer und Experten zu denken. Alles andere ist finanzieller Selbstmord. Was ist also Kapitalismus? Was ist ein Kapitalist? Ein Kapitalist ist ein Arbeitgeber. Er arbeitet also nicht für Geld, sondern er bezahlt Geld für Arbeit. Er ist häufig ein großer Spender. Er nützt also sein Geld, um Menschen zu helfen, die sich selber nicht helfen können. Und vergessen wir nicht, Kapitalisten sind auch die größten Steuerzahler. Nicht prozentual. Das ist sehr wenig. Aber in der Summe zahlen sie oft so viel oder mehr alleine als 100 Arbeitnehmer zusammen. Vielleicht fragst du, wie werde ich also, wie wirst du also Kapitalist? Nun, du bist immer das Ergebnis von allen Einflüssen deiner Umwelt, deiner Umgebung. Und da kannst du auch gar nichts dagegen machen. Andere Menschen beeinflussen dich. Und du übernimmst automatisch Teile von dem, was die denken und was die fühlen und tun. Aber du kannst dich entscheiden, mit wem du dich umgibst. Du kannst überlegen, was für ein Ziel habe ich. Und wenn du Kapitalist werden willst, dann such dir eine Umgebung von Kapitalisten. Was ich hier sage, ist kein Werturteil über irgendwelche Menschen. Ich sage nur, wenn du ein bestimmtes Ziel hast, dann umgib dich mit Menschen, die schon da sind, wo du hinkommen möchtest. Der stärkste Einfluss, den du haben kannst, ist ein Coach. Wenn du mich fragst, warum sollte ich mir einen Coach suchen, dann ist meine Antwort, wenn es dir wirklich wichtig ist, wenn es dir wirklich wichtig ist, dann suchst du dir einen Coach. Wenn du total brennst, wenn du irgendetwas erreichen musst, dann überlegst du, wer kann mir helfen. So wie ich damals, als ich pleite war, einfach wusste, ich brauche jetzt einen Coach. Das ist das, was ein Profi von einem Amateur unterscheidet. Amateure, die haben keinen wirklichen Trainer. Profis haben die immer. Immer. Ein Beispiel. Anfang 20 habe ich drei Jahre in Mexiko gelebt. Und ich habe jeden Morgen vor dem Frühstück zwei Stunden trainiert mit Superathleten. Und ich hatte damals wirklich eine gute Figur. Ich war fit. Nachmittags habe ich nochmal Tennis gespielt oder bin schwimmen gegangen und so weiter. Und dann habe ich geheiratet. So mit Anfang, Mitte 20, 24. Und dann bin ich träge geworden. Das hatte auch nichts mit meiner Frau zu tun, sondern nur mit meinem Kopf. Und bald hatte ich 15 Kilo Übergewicht. Und dann ist mir plötzlich ein Foto in die Hände gefallen. Und zwar war da ein Foto, in dem ich ganz gut getroffen war, mit meinem trainierten Körper. Und dann habe ich dieses Foto mit dem trainierten Körper neben ein anderes Foto gestellt, was in meinem letzten Strandurlaub jemand von mir gemacht hatte. Jetzt hatte ich den direkten Vergleich, 76 Kilo, 95 Kilo. Also fast 20 Kilo Unterschied. Habe ich da drauf geguckt, da drauf geguckt. Und dann habe ich einfach zu mir gesagt, verdammte Hacke, das geht so nicht weiter. Ich habe mich echt gequält. Ich habe lange auf die Fotos geguckt. Das geht nicht, das ist unnötig, das darf nicht sein. Und dann habe ich mir einen Personal Trainer besorgt. Ja, und mit dem habe ich seitdem eine ganze Zeit trainiert. Jetzt habe ich so meine eigenen Routinen. Ich werde jetzt bald 60, nächstes Jahr. Ich bin wesentlich gesünder, als ich vor 20 Jahren war. Was ich sagen will ist, einen Coach können wir für jedes Gebiet suchen. Und das machen wir immer dann, wenn wir entscheiden, das ist jetzt wirklich wichtig für mich. Dann ist es Zeit, dass wir uns nach einem Coach umschauen. Kapitalismus ist oft verschrien. Und einige von denen sind auch wirklich fiese Kerle, das stimmt. Aber die meisten, glaubst mir, die meisten sind hoch anständige, sehr hart arbeitende, feine Menschen. Bitte glaub mir das, ich kenne wirklich viele von denen. Und wenn du Kapitalist sein willst, dann musst du lernen, wie ein Unternehmer zu denken. Und bitte nenne Unternehmer niemals Ausbeuter. Auch wenn einige wenige das möglicherweise sind. Denn damit würdest du dir selber schaden. Unternehmer haben viel, sehr viel gelernt. Unternehmer haben unglaublich viel gelernt, sonst könnten sie gar nicht das alles tun, was sie tun. Guck mal, sie haben gelernt, Produkte zu erfinden und zu schaffen. Sie haben gelernt, eine optimale Verkaufsstrategie zu entdecken, mit der sie diese Produkte dann auch verkaufen können. Sie haben gelernt, Mitarbeiter zu finden, einzustellen, zu führen. Sie haben Cashflow gelernt, sonst könnten sie ja gar nicht mit Geld umgehen. Sie haben gelernt, Systeme aufzubauen. Eine Firma ist eine Aneinanderreihung von Systemen, die es Menschen helfen, leichter ihre Arbeit zu machen. Sie haben sechstens Marketing gelernt. Sie haben siebtens gelernt, ihrer Firma eine Mission zu geben, so ein Mission Statement, in der sie dann die gemeinsamen Werte festlegen. Das ist das Fundament für alles, was wir als Unternehmer tun, unsere Werte. Wir müssen klar beantworten können, was ist eigentlich der Sinn unserer Firma? Was ist der Zweck unserer Firma? Hey, wofür gibt es uns überhaupt? Und achtens, kennen Sie sich auch noch in Rechtsfragen aus. Jetzt überlegt ihr das mal. Ein Unternehmer kann über jeden dieser acht Punkte Bücher schreiben. Bücher, nicht ein Buch, Bücher über jeden der acht Punkte, weil er nämlich so viel gelernt hat, tagtäglich. Durch Mentoren, durch Bücher, durch andere Bücher, durch Seminare. Und vor allen Dingen durch seine eigene Erfahrung. Acht Punkte, die der gemeistert hat. Am meisten haben wir gelernt, weil wir Fehler gemacht haben. Weil wir die Einstellung haben, Fehler sind unser bester Lehrmeister. Fehler sind nicht peinlich, Fehler sind nicht schlimm, Fehler sind unsere besten Lehrmeister. Weißt du, was peinlich ist? Wenn wir zu wenig machen, nur um Fehler zu vermeiden. Das ist peinlich, kommen wir nicht voran. Lerne niemals diese acht Dinge, die Unternehmer gelernt haben. Also sei voller Respekt, wenn du einen Unternehmer siehst. Wenn er diese acht Dinge kann. Das ist das, was die meisten Menschen nicht können. Mein Anliegen ist, lerne zu verstehen, dass Kapitalismus nicht schlecht ist. Menschen können gut oder schlecht sein. Also kann es auch gute und schlechte Kapitalisten geben. Die wahre Unterscheidung ist also nicht reich oder arm. Die wahre Unterscheidung ist gut oder böse. Das ist ganz wichtig. Wer behauptet, Reichtum ist schlecht, der lenkt nur von dem ganz Wesentlichen ab. Wir sollten uns bemühen, gut zu sein. Du und ich immer wieder. Wir sollten gut handeln. Wir sollten Sinnvolles tun. Lerne, ein guter Kapitalist zu sein. Jemand, der anderen eine Arbeit gibt. Der sie fair behandelt. Der sie fördert. Jemand, der den Menschen Geld schenkt, die sich nicht alleine helfen können. Den Armen, den Kranken. Und der durch seine Steuergelder unsere Gesellschaft unterstützt. Werde jemand, den andere wirklich sehen und kennenlernen und dann sagen, so will ich auch sein. Werde ein guter Kapitalist. hoch. 연